einschalten kann, beziehungsweise wie man da jetzt Probleme auch wiederum fixen kann. Was meine ich jetzt mit Probleme? Was meine ich mit Loop Deck Plus? Ich schalte mal um und zwar liegt da jetzt bei mir direkt quasi vor meinem Synthi Grafiktablett das Loop Deck Plus und das Loop Deck Plus ist eben das Tool, damit ich jetzt zum Beispiel, wenn ich da jetzt in Lightroom bin, von einem Bild zum nächsten gehen kann oder da jetzt auch mit die Regler entsprechend gewisse Dinge einstellen kann. Jetzt kann es aber natürlich vorkommen, dass ich an den Reglern drehe, so es jetzt in meinem Fall ist, und dass ich, wenn ich an den Reglern drehe, einfach keine Möglichkeit habe, dass ich weiterkomme, beziehungsweise dass irgendwas nicht korrekt eingestellt ist. Und die wahrscheinlich zwei oder drei wichtigsten Dinge, die man kontrollieren sollte bei seinem Loop Deck Plus, stelle ich jetzt einmal vor. Und zwar Nummer eins, ganz ganz wichtig, auch wenn es nicht wie banal klingt, ist das Kabel mit dem Rechner verbunden. Also ist mein Loop Deck Plus eben über das eingebaute Kabel oder eingehängte Kabel wirklich mit meinem Rechner verbunden. Und da ist aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtig, dass man wirklich darüber nachdenkt, dass man es, wenn es irgendwie möglich ist, direkt an den Rechner anschließt. Falls eben nicht möglich ist, dann kann man natürlich auch hergehen und sagen, ich habe einen USB-Hub dazwischen, aber der USB-Hub sollte natürlich auch genügend Strom haben. Also immer kontrollieren, ist einmal die Kabelverbindung sinnvoll. Wenn das angesteckt ist, dann gibt es noch einen zweiten, ganz ganz wichtigen Punkt, den man auch gern vergisst. Nur, dass es so wie es bei mir der Fall ist, weil ich stecke mir das Loop Deck nur dann an, wenn ich es wirklich zum Arbeiten brauche. Und ich mag ja, dass nur der Treiber dann läuft, wenn ich quasi das angesteckt habe. Das heißt, ich, oder auch, falls man das so eingestellt hat, dass ich nicht automatisch starte, also ich muss immer kontrollieren, ist überhaupt mein Treiber angesteckt oder gestartet. Sonst ist es so, dass ich da jetzt in Lightroom drinnen bin. Ich wähle jetzt einfach einmal das Bild aus. Und wenn ich da jetzt am Loop Deck zum Drehen anfange, gehen wir da runter auf das Bild, dann sieht man jetzt irgendwie quasi beides. Dann sieht man, ich drehe, aber das Bild verändert sich nicht. Oder ich gehe jetzt mit den Cursor-Tasten weiter oder vor, aber das Bild verändert sich nicht. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, dass man natürlich auch die Loop Deck Software öffnet. Das heißt eben die Loop Deck Software. Ich klicke da mal auf OK. Und jetzt muss man einen Moment warten. Und dann sieht man, wie da im oberen Bereich, zack, also einmal in Lightroom hier unten sagt er, hey, hallo, Loop Deck things are looking good. Danke, Loop Deck. Und da im oberen Bereich sieht man jetzt, wie die Software aktiv ist. Und jetzt ist es so, wenn ich drehe, also ich schalte da mal um, und drehe da jetzt rüber, oder ich gehe jetzt einfach mit den Cursor-Tasten nach rechts, sieht man, bin da, oder mit den Cursor-Tasten rauf, oder wie immer, dass ich jetzt das Loop Deck aktiviert habe. Das heißt, ich kann jetzt da draufklicken und zum Beispiel ins Entwickl-Modul wechseln. Ich nehme jetzt ein anderes Bild, jetzt sieht man da nur die Füße, aber jetzt müsste man es einfach glauben. Wenn ich da jetzt quasi dran drehe, an dem Exposure-Regler, dann kann ich da jetzt in Lightroom die Einstellung vornehmen. Das schaut dann in Lightroom so aus. Das heißt, ich kann jetzt einfach an der Exposure nach rechts drehen, oder nach links, und kann damit die Helligkeit super anpassen, oder da unten jetzt die Schatten ein bisschen aufhellen. Und das ist halt einfach alles extrem Geniale am Loop Deck, dass ich da natürlich alle Regler, die ich brauche, sofort zur Verfügung habe. Übrigens ein ziemlich guter Punkt, wenn ich etwas zurücksetzen will, einfach direkt draufklicken, und dadurch wird dann die Einstellung wiederum zurückgesetzt. Und das ist natürlich sehr, sehr genial, weil ich brauche dann nicht mehr irgendwo in irgendein Tool, oder mit der Maus, oder in meinem Fall, ich habe ja bei den Luxus, dass ich das Grafiktablett habe, dort irgendwo herumschieben, also ich arbeite da am Sinti-Grafiktablett, aber wenn ich in Lightroom bin, ist aus meiner Sicht das Loop Deck mit Abstand das wichtigste Werkzeug, was man sich zulegen sollte, wenn man überlegt, dass man sich irgendwas zulegt. Also da, wie gesagt, einfach schauen, dass das Ganze aktiviert ist. Wenn man jetzt das Kabel überprüft hat, man hat den Treiber installiert, oder der Treiber startet immer automatisch, weil man es quasi auf Autostart eingestellt hat, dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Ich zeige mir noch ganz kurz her, wo man den Autostart entsprechend vornehmen kann. Und zwar da jetzt am Mac kann ich in die Systemeinstellungen gehen, und am Apfel, dann gibt es den Benutzer, und zwar der Benutzer schaut jetzt ein bisschen anders aus als früher, der ist sogar gleich, ich finde es jetzt nicht mehr mit dem neuen Betriebssystem, und darin gibt es die Anmeldeobjekte. Und wenn ich da jetzt quasi das Loop Deck drinnen habe, also wenn da jetzt in den Anmeldeobjekten die Loop Deck Software drinnen ist, dann wird die bei der Anmeldung, also beim Start von seinem Rechner oder von seinem Benutzer eigentlich, wird dann quasi das Loop Deck gestartet. Ich persönlich mache das so, dass ich es quasi händisch starte, aber das könnte man eben da reinwerfen. Okay, also wenn Loop Deck gestartet ist, man sieht das eben da oben, das Kabel ist verbunden, aber ich habe das Problem, dass wenn ich da jetzt herumdrehe, dass sich am Bild oben nichts ändert, dass quasi das funktioniert oder teilweise nicht funktioniert. Das ist nämlich das Schräge dran. Manchmal ist es so, dass manche Tasten funktionieren, manche Tasten aber irgendwie nicht. Und wenn man jetzt das Problem hat, dann gibt es eine Lösung für das Problem, und zwar schaut man dann in, also wenn man das am Mac ist, in seine Sicherheitseinstellungen, wiederum da oben links auf dem Apfel, dann in die Systemeinstellungen reingehen und man hat dort den Punkt der Sicherheit. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke, dann lädt sich dort die Sicherheit und der vierte Punkt da drüben, der Datenschutz, da wird spannend. Denn wenn ich da jetzt nach unten scrolle zu den Bedienhilfen, dann ist ganz entscheidend wichtig, dass das Loop Deck da drinnen steht und das Häkchen auch wirklich gesetzt ist. Falls das Häkchen da nämlich nicht gesetzt ist, dann ist zwar das Loop Deck prinzipiell einmal aktiviert oder da in dieser Liste von den Bedienhilfen, aber das Loop Deck, wenn ich jetzt drehe, darf mein Rechner nicht steuern. Und da haben wir das Problem. Denn manche Dinge funktionieren, manche Tasten, manche Tasten funktionieren nicht. Und darum ist ganz entscheidend wichtig, dass man einfach da reingeht, man kann dann sein Rechner da unten entsperren und dann schaut man, wie gesagt, dass da das Häkchen sitzt. Und wenn das Häkchen gesetzt ist, dann ist man eigentlich auf der guten Seite, weil dann kann ich da jetzt in Lightroom reingehen und habe jetzt alle Möglichkeiten zur Verfügung. Kann da jetzt das Bild so anpassen, wie ich das einfach haben möchte. Vielleicht die Schatten ein wenig aufhellen, vielleicht ein bisschen kühler einstellen oder wärmer oder wie auch immer. Das heißt, ich habe da jetzt wirklich alle Einstellmöglichkeiten, die ich brauche vor meinen Fingern sozusagen. Ich kann das blind bedienen. Ich habe da wirklich eigentlich komplette Flexibilität. So wie ich einfach arbeiten will, geht es einfach mit dem Loop Deck dann einfach los und dann macht es auch wirklich eine Riesenmenge Spaß. Also zusammengefasst, auf was muss man aufpassen. Nummer eins ist das Kabel verbunden, auch wenn es blöd klingt. Vielleicht sogar mit dem Zuge, wenn man es das erste Mal installiert hat, einfach mal einen Neustart machen, dass die Treiber, die man installiert hat, hoffentlich, die aktuellsten Treiber wirklich laufen. Haben wir das aktuellste Betriebssystem, den aktuellen Lightroom Classic, passt das alles zusammen. Also ist die Loop Deck Software aktiv? Wenn die aktiv ist, ist das einmal gut. Und dann zu guter Letzt überprüft man noch, habe ich bei der Installation quasi gesagt, dass das Loop Deck auch wirklich meinen Rechner steuern kann? Falls man das übersehen hat oder weggeklickt hat. Einfach auf den Apfel gehen, Systemeinstellungen, Sicherheit, dann oben Bedienhilfen. Ich schaue mir nochmal kurz rein, damit ich da jetzt nichts Falsches sage. Also Apfel, Sicherheit und in der Sicherheit, dann in den Datenschutz, genau und beim Datenschutz dann auf die Bedienhilfen und in den Bedienhilfen einfach schauen, dass das Loop Deck auch wirklich aktiv ist. Und wenn man das alles quasi berücksichtigt hat, was jetzt sehr viel klingt, aber de facto braucht man es nur einmal berücksichtigen und dann ist kein Problem, dann verspreche ich, dass man mit dem Loop Deck so richtig viel Freude haben wird. Ah genau und nur kleiner Punkt, ich haue jetzt in den Chat noch schnell einen Code rein, wenn ich jetzt den Short Card richtig wüsste. So, da ist er. Peng. Und zwar mit dem Code, der da jetzt im Chat drinnen steht, nämlich MartinD10, kriegt es auf der Loop Deck Seite direkt quasi von Loop Deck 10% günstiger auf eurer Loop Deck. Und ich kann nur sagen, das Loop Deck Plus ist wirklich ein No-Brainer, der eigentlich in jedem Lightroom Classic Workflow oder eine Premiere Workflow, ich verwende es ja total gerne in Premiere oder eigentlich immer, eigentlich nicht fehlen darf. Also dranbleiben, Spaß haben und besser werden. Also dranbleiben, Spaß haben und besser werden, bei deriez побед hat, dass wir jetzt noch einiges